Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zum Uploadplan. Ich habe den Uploadplan ja mal vorher in den Community-Tab geschrieben, habe mich jetzt dafür entschieden, das per Video zu machen, da anscheinend nicht alle in den Community-Tab gucken oder es euch nicht alle erreicht. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall wurde oft gefragt, was kommt denn wann. Und habe ich mir gedacht, ich mache das einfach in Videoform, dann kann es wirklich jeder sehen und ich kann auch noch ein bisschen was dazu erklären. So, dann fangen wir einfach mal an. Und zwar, ihr seht ja hier, Montag 14 Uhr, das habt ihr ja nun schon gesehen, da kam Minecraft History. Das wird wahrscheinlich die letzte Folge Minecraft History gewesen sein. Und dieses Projekt kam nicht so gut bei euch an. Das ist so, ja, so, so, nö, also es kam wirklich gar nicht gut an, muss ich sagen. Also die Klicks sind okay, die Likes sind eher fast nicht vorhanden. Also habe ich gedacht, okay, vielleicht nicht das Richtige. Dann brechen wir das ab und machen was Neues. Ich bin schon in der Planung, also da wird es auf jeden Fall was Neues für geben. So, dann haben wir montags um 16 Uhr den Uploadplan. Den seht ihr jetzt ja gerade. Den bekommt ihr dann jetzt jeden Montag um 16 Uhr. Um 18 Uhr kommen Zoo Constructor. Dann haben wir am Dienstag haben wir Hausflipper um 14 Uhr. Um 16 Uhr Millennials Resort. Um 18 Uhr Keepsake. Am Mittwoch kommt ein Minecraft Mini. Das hatte ich ja im Resort, glaube ich, schon angekündigt gehabt für Montag. Ich habe das jetzt auf Mittwoch verschoben. Also nicht böse sein, kommt Mittwoch. Dann wieder Resort, ganz normal Zoo Constructor. Da braucht man nichts zu sagen. Donnerstag Hausflipper, Resort Keepsake. Habe ich Keepsake da vorhin gesagt? Ich weiß es gar nicht. Am Freitag kommen dann Resource Packs. Also beziehungsweise ich stelle euch ein Resource Pack vor. Und zwar soll das ein Pack sein, was eben schöne Tiertexturen hat. Also da konzentriere ich mich hauptsächlich auf Tiertexturen. Dann wieder Resort, Zoo Constructor. Am Samstag kommt dann Hausflipper. Und das ist dann auch die letzte Folge Hausflipper vom Let's Play. Denn auch dort ist die Resonanz eher negativ als positiv und auch sehr wenig geworden. Ich muss auch zugeben, dass ich momentan auch nicht mehr so die Lust zu habe. Das Garden DLC ist super gelungen. Also es ist wirklich ein tolles Ding. Allerdings finde ich, macht es das Ganze auch sehr lang. Also es ist wirklich lang. Man ist lange am Garten dran. Dieser Rollrasen macht einen ja wahnsinnig. Das Rasenmähen dauert ewig lange. Da muss nochmal nachgearbeitet werden, finde ich. Wir pausieren das Ganze jetzt erstmal. Und ja, wenn es da neue Sachen gibt, dann schauen wir wieder rein. Da habe ich auch schon in den Parts noch angesprochen eine Option, dass ich, weil wir ja so viele Hausverschläge hatten, dass ich diese Häuser fertig mache und einfach ein Let's Show dazu mache. Da könnt ihr dann gerne mal eure Meinung entweder hier in die Kommentare schreiben oder eben unter den jeweiligen Part. Das wäre wirklich toll zu wissen, ob ihr da überhaupt noch Bock drauf habt oder ob ihr sagt, ne, Hausschlipper nicht, konzentriere du dich mal auf was anderes. Gut, dann kommt am Samstag natürlich ganz normal Resort und Keepsake. Am Sonntag kommt dann wieder ein Tiny Home. Letzte Woche war das ja das Ziegelhäuschen. Und ja, diese Woche kommt dann wieder ein neues Tiny Home. Dann haben wir wieder Resort und Zoo Constructor. Auf unserem Zweitkanal Just Gaming läuft am Montag um 17 Uhr Kingdom Come auch am Dienstag um 17 Uhr. Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag auch. Und am Mittwoch um 15 Uhr dann Raven und Freitag, Samstag, Sonntag auch. Normal kommt montags auch Raven, aber dieses Wochenende sind wir mit dem Aufnehmen nicht so hinterhergekommen und haben dann gesagt, da müssen wir halt da einfach den Part ausfallen lassen. Resort war ja auch am Samstag ausgefallen und ja, aus dem gleichen Grund eben hier auch eben kein Part Raven. Wenn ihr unseren Kanal Just Gaming noch gar nicht kennt, dann dürft ihr natürlich gerne in der Videobeschreibung den Link anklicken, der zu dem Kanal führt und dann könnt ihr euch da ja mal umschauen. Auf dem Kanal zu finden sind momentan nur The Raven und Kingdom Come, weil wir da eben ganz neu angefangen haben. Aber wenn ihr Bock habt auf Let's Plays, auf andere Spiele, dann dürft ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren und auch dort regelmäßig reinschauen. So, ja, ich glaube, ich habe alles gesagt gehabt, was ich sagen wollte. Genau, also da habt ihr jetzt den Uploadplan für diese Woche. Den neuen gibt es dann wieder am Montag. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in den anderen Videos. Also bis denn. Ciao, ciao.